In einem ganzen Leben, auf der Suche nach Wissen, hat mich eine Frage beschäftigt. Wie ist unsere Welt entstanden? Die Alten sind vor tausend Jahren gestorben. Und alles Leben wurde ausgelöscht. Sie zeigte mir, wie es wiedergeboren wurde. Ein ausgestoßenes Mädchen, unwissend um ihre Bedeutung. Von ihr lernte ich, dass das Leben nur durch ein technisches Wunder gerettet wurde. Zero Dawn. Ein Terraforming-System aus neun Unterfunktionen. Die gemeinsam die Erde aus einem kahlen Felsen neu formen. Zu einer üppigen Landschaft. Bewahrt und geschützt. Von den Maschinen. Und mit ihr erfuhr ich das größte Geheimnis. Das Geheimnis ihrer Geburt. Sie ist ein Klon von Elizabeth Sobeck. Zero Dawns Schöpfer. Geboren, um die erneute Ausrottung zu verhindern. Getrieben von Hades, einer böswilligen KI. Empfindsam durch ein mysteriöses Signal. Unbekannten Ursprungs. Und mit etwas Hilfe von mir siegte sie in einer großen Schlacht in der Stadt Meridian. Und wurde für die Menschheit zur Heldin. Doch so nützlich sie auch war, jetzt muss ich sie zurücklassen. Denn während sie gut machen will, was Hades zerstört, machte ich eine neue Entdeckung. Eine, die Zerstörung bringt und Möglichkeiten.